moin und willkommen zurück zu einer weiteren runde scum wir machen heute weiter mit diesem höhlenguide und schauen jetzt erst mal wir sind jetzt hier auf dieser kleinen insel und hier unten irgendwo sollte gleich irgendwie eigentlich eine höhle seine glück haben deshalb schaue ich jetzt einfach mal hier aber ich denke mal das war wahrscheinlich in der höhle auch wieder das ist auch wieder nur unter wasserhöhle sein wird wir hätten hier zumindest schon mal ein boot gefunden nicht trinken jetzt einfach mal hier ein bevor wir gleich mit dem ding kennt dann packe ich doch einfach erstmal alles hier rein was geht das passt noch hier rein das würde passen die hose ist sehr schön der baseballschläger vielleicht ja der passt auch noch sehr schön dann müssen wir die armenbrust drauf lassen und den rest nehmen wir einfach so mit naja egal so dann machen wir fahren könnte natürlich jetzt das finden der höhle ziemlich erleichtern vielleicht wenn wir glück haben vielleicht aber auch nicht aber das ist gut zu wissen dass es hier ein boot spawn gibt jetzt müsste man halt wie gesagt auch nur die höhle finden an meinem glück wieder irgendeine unter wasserhöhle die ich eh nicht finde hier sind wir definitiv falsch die soll eigentlich mich alles nicht täuscht eigentlich da vorne irgendwo sein also entweder ich glaube nein oder doch nein sieht nicht so aus als wenn sie da gewesen wäre entschuldigung ja und hier auf den steinen fahren war jetzt auch nicht so clever wir schauen jetzt mal die müsste irgendwo da oben drin ist ich sehe sie schon so also ihr habt dann hier auf jeden fall die möglichkeit oder auch nicht die möglichkeit zu looten irgendwie ne die kann man anscheinend nicht looten oder ich bin gerade ein bisschen zu doof dazu aber hier kann man auf jeden fall looten ist noch nichts drin ein kronen gucken oder wein gucken den man zum schwimmer machen kann für eine angel naja was mich so ein bisschen stört hier in dem single player game ist eigentlich immer noch dass man hier die drop rate und so nicht verändern kann für leute die halt wirklich gerade mit scum anfangen und ja vielleicht erstmal single player spielen möchten so wie ich das auch gemacht habe wäre es vielleicht gar nicht mal so verkehrt wenn man auch im single player so ein bisschen die drop rate anpassen könnte oder erhöhen könnte oder was auch immer weil wie gesagt hier so kisten durchsuchen ist eigentlich immer frustrierend weil meistens nichts drin ist aber wie ihr seht das hier ist eigentlich eine ziemlich große höhle hier könnt ihr definitiv eine base drin bauen ist halt immer nur das problem ihr seid hier auf dieser kleinen insel ja und wenn ihr natürlich kein boot oder sonst was zur verfügung habt müsst ihr halt immer schwimmen was vielleicht auch nicht so wirklich toll ist aber sollte die im boot zur verfügung haben gibt es hier diese super geile höhle und uhr ich bin zu dumm rauszukommen sogar das ist einmal ernst doch jetzt kommt man hier raus also es gibt hier diese super tolle höhle wo man definitiv sich eine base bauen kann und wie gesagt das ist die zweite von den drei höhlen im z 0 sektor die nächste oder die letzte gucken wir uns dann in der nächsten folge an er wie gesagt hier oben ist auch ein leuchtturm dem man dann looten können wo man sich vielleicht auch eine base hinbauen kann oder reinbauen kann oder drumrum bauen kann und vielleicht einfach da unten in der höhle sein außenlager einbaut oder so müsste dann mal gucken halt ich sollte vielleicht auch meinen loot aus dem boot mitnehmen wenn ich hier im single player bin für den höhlenguide muss ich ja nicht meine sachen zurücklassen weil ich das boot eh nicht brauche damit jetzt eigentlich auch nur die höhle suchen wollte was eigentlich auch ein ja zufall war dass es hier war das boot aber das heißt definitiv dass da irgendwo hier vorne an dem leuchtturm auch im boot sport ja weil ich habe das boot da nicht gespawnt ich habe auch irgendwie bin ich mein boot hingefahren weil ich teleportiere mich im singleplayer eigentlich von einer höhle zur anderen also wie gesagt man kann sich die höhle entweder als base zu bauen oder ihr nehmt einfach hier oben den leuchtturm was auch eigentlich super machbar ist ihr habt hier zum beispiel auch schon steinmauern drum ein vernünftiges steingebäude ein brunnen zum beispiel unter anderem auch er hoffentlich jetzt voll ist weil ich ja durst hab ihr wollt trinken und ja man kann hier eigentlich auch super base drum bauen super zauber umbauen und sollte hier eigentlich soweit dann auch ziemlich safe sein weil zum raiden kann man hier auch nur mit dem boot rüber das heißt wer auch immer deine base raiden will muss natürlich dann ein boot haben sollte derjenige kein boot haben hat das schwer den loot hier runter zu kriegen ja ansonsten gibt es hier glaube ich nicht mehr viel zu sagen essen gut außer ja wenn es euch gefallen hat lasst mir gerne einen daumen da wenn ihr keine weiteren folgen verpassen wollt wie immer lasst mir gern auch ein abo da und ihr werdet dann darüber informiert wenn der nächste guide rauskommt mit der nächsten höhle würde mich auf jeden fall freuen euch beim nächsten mal wieder begrüßen begrüßen zu dürfen und sage tschau bis zum nächsten mal dann der falli